Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Kurz vor Release von Wrath of the Lich King Classic gab es ein weiteres Interview von WoW-Head mit Principal Game Designer Chris Zierhut. Wir schauen uns alle wichtigen Punkte genauer an und verlosen am Ende des Videos unter allen Abonnenten viermal die heroische Upgrade-Version für Wrath of the Lich King Classic. Wenn euch das Video gefällt, lasst es doch direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Viel Spaß! Im für uns wichtigsten Teil des Interviews erklärt Zierhut, was wir uns unter der Heroisch-Plus-Variante der Instanzen vorstellen können. Um diese zu aktivieren, müssen alle fünf Teilnehmer vor dem Start der Instanz ein Ritual-Objekt benutzen, ähnlich wie der Portalstein. Wenn ihr das gemacht habt, erhöht sich der Schaden der Mobs im Dungeon, deren Leben und gibt ihnen einen kleinen extra Kampfeffekt. Nichts weltbewegendes, aber etwas, auf das aufgepasst werden muss, so Zierhut. Welche Effekte das genau sind, hat er nicht gesagt. Wir stellen uns eine Art Buff vor, wie zum Beispiel Dornen vom Druiden, welcher extra Schaden bei Nahkampfangriffen verursacht oder extra Boss-Fähigkeiten oder sogar Phasen. Zusätzlich zu den Buffs lassen dann Bosse im Heroisch-Plus-Modus zusätzlich Loot aus der 10er-Variante der ersten Phase fallen, also Naxxramas, Malygos oder Sartarion 10. Beachtet hier bitte, dass die Heroisch-Plus-Variante natürlich erst mit Phase 2 und Uldua ins Spiel implementiert werden. Zusätzlich zu der Heroisch-Plus-Variante werden die Bosse der 25er Raids mehr Loot droppen. Ob dieses System in Phase 3 und der Prüfung der Kreuzfahrer weitergeführt wird, also ob in Heroisch-Plus dann Items aus Uldua 10 droppen können, liest Zierhut noch offen, ist allerdings nicht davon abgeneigt. Wie bereits bekannt, wird das Item-Level in Uldua erhöht. Zierhut hatte nun einen Wert von 13% genannt. Hatte ein Item also damals 100 Ausdauer, hat es nun 113 Ausdauer. Auch Items wie der legendäre Hammer Valanir werden im Item-Level angehoben und erhalten somit bessere Grundwerte. Die Proc-Chance und der Proc an sich werden allerdings nicht erhöht. Blizzard will damit unter anderem vermeiden, dass speziell Valanir im späteren Verlauf des Edons ausgetauscht wird, da es das ein oder andere Item gibt, welches damals noch minimal besser war. Zierhut hat hierzu noch erwähnt, dass ihnen bewusst ist, dass manche Klassen am Ende des Edons durch einige starke Gegenstände sehr overpowered werden, allerdings betonte er auch, dass sie aktuell nicht vorhaben, das Ganze zu nerven. Zum Thema aktuelle Season of Mastery und dem Transfer zu Wrath of the Lich King gab Zierhut bekannt, dass es aktuell noch keinen Zeitplan dazu gibt, es aber weiterhin geplant ist. Zum Ende des Interviews betonte Zierhut, dass Blizzard aktuell sehr interessierend an der Meinung der Community ist, um was sie sich wünschen, auch wenn, wie er sagt, diese nicht immer wisse, um was genau sie fragen muss, denn einige gewünschte Änderungen gingen mehr in die Tiefe, als man sich das vorstellen kann. Wie es also nach Wrath of the Lich King weitergeht, ob es ein Wrath of the Lich King Era-Server geben wird und ob es danach mit Cataclysm oder einer kompletten neuen Timeline weitergeht, lässt er offen, schließt aber keines der Szenarien aus. Neben dem Interview gab es die Tage auch noch einen Hotfix, welcher die Raid Lockouts zu den stündlichen Lockouts von 5 Instanzen hinzugefügt hat, um unter anderem übermäßiges Goldfarmen in Karazan zu unterbinden. Auch auf der Beta gab es Änderungen, mit denen wir dann zu Release rechnen können. Server-First-Erfolge sind nun 24 Stunden gesperrt, nachdem ein Charakter einen freien Transfer auf einen anderen Server benutzt hat. Der Buff Sartarionswille erhöht nun das Leben von Sartarion im Obsidian-Sanktum bei einem lebenden Drachen um 25%, bei zwei lebenden Drachen um 45% und bei drei lebenden Drachen um 65%. Zuvor waren es bei drei lediglich 25%. Zum Schluss wurden die Kosten für das Season 5 Arena-Set auf ihren finalen Betrag angehoben. Kommen wir nun zum Gewinnspiel. Gewinnt einen von vier Keys für die Nordend-Heroisch-Aufwertung für Wrath of the Lich King Classic. Diese beinhaltet eine Charakteraufwertung auf Stufe 70, die Fähigkeit erfahrenes Reiten für den aufgewerteten Charakter inklusive passender Ausrüstung, Reittier und etwas Kleingeld. Dazu Pebbles, das Pinguin-Haustier und den Glücksköder des Fischbrechers, ein Spielzeug, mit dem ihr euren eigenen Angelpartner der Tusker herbeirufen könnt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist unseren Channel zu abonnieren und uns in den Kommentaren schreiben, auf was ihr euch in Wrath of the Lich King am meisten freut. Unter allen teilnehmenden Abonnenten verlosen wir dann die vier Keys und geben die Gewinner am Montag, dem 26.10. um 20 Uhr bekannt. Also, ab mit euch in die Kommentare und vorher noch fix den Abo-Button drücken. Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß in Wrath of the Lich King. Ach und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.